Musik 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 Facebook Musik 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 Wie viele Freunde hast du? 2.500 Freunde. 2.500 Freunde? Und wie lange bist du im Facebook jeden Tag circa? Ungefähr 2-3 Stunden. Früher war es viel länger. 5-6 Stunden. Du hast dein Handy im Facebook? Und welches Handy? 1.500. Was gefällt dir an deinem Handy am besten? Dass es praktisch ist. Dass man gute Fotos machen kann. Machen. 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 Also jeder Lehrer sollte mindestens in der Klasse einen Laptop haben oder einen Computer. Wir sollten auch so 5-6 Laptops vielleicht in der Klasse haben. Und dann auch Gruppenarbeiten machen. Und es wäre gut, wenn sich die Lehrer auch besser auskennen als wir. Und dass sie uns dann Tipps geben könnten. Mich würde es freuen, wenn die Politiker auch eine Internetseite haben. Das Problem ist eben, dass viele Eltern haben Angst vor dem Internet. Also Internet ist böse, Internet ist groß. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Deshalb meinen sie auch, die Kinder vergeuden ihre Zeit damit. Obwohl Internet ja auch wirklich tolle Möglichkeiten bietet. agree uns carbohydrates! Eueratore berühmiert mich. sicherlich haben wir Die heutige Generation der Jugendlichen, die sogenannten Millenniums, haben einen ganz neuen Zugang in unsere vernetzte Welt. Sie fühlen sich nicht mehr in der Informationsgesellschaft, sie fühlen sich in der vernetzten Gesellschaft. Es kommen ungeahnte neue Möglichkeiten auf uns zu, die gilt es für uns alle, für das Weiterkommen unserer Gesellschaft zu nutzen. Gleichzeitig haben wir aber beide, die Benutzer, als auch die Verantwortlichen, die Technik und die Rahmenbedingungen schaffen, eine große Verantwortung, diese Technologie für unseren Vorteil zu bewerben. Und I'm coming around Und Und Vielen Dank.